Du bist schon da drin oder was ist? Nöö, ich mach grad die ganzen Spawner weg. Ja, okay. Brauchen wir die kleinen Motten? Dann holen wir die kleinen Motten raus und das nervt nicht. Ah. Ruckeli, ruckeli, bukeli. Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh nein. Nicht sterben, mein Freund. Ich weiß, was da drunter sind, das sind Würmer. Nicht schön. Zerrech dir, ich geh in den Motten. Nein, zu spät. Nein. Das gibt's doch nicht. Oh, der ist abgebaut. Wie ich das hasse. Es wird Zeit, dass du die Rüstung kriegst, ne? Naja, weil die Lecks mich immer killen, ja. Warte. Warte. Warte, wo du rumhängst. Moment wär ich grad sicher. Du bist verdammt groß, oder? Nö, ich bin klein. Ich bin, äh, 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 ein Babydrache. Ja, ja. So, ich geh mal, ich geh mal noch ein Stück weg tiefer. Mach mal. Die Ebene ist auch sauber. Da sind ein paar Listen drin, ja? Ich seh sie jetzt schon, die sind alle schon gespawnt. Äh, wie ekelhaft. Oh, diese scheiß Rotator-Dinger. Wieso kann ich jetzt nicht fliegen? Was ist denn denn für ne Mist, ey? Haben wir doch den Spawner abbauen, ihr scheiß Rotator. Hier sind so viele Monster, ich kann nicht fliegen. Ich muss mal weglaufen, hier. Aber das ist ein richtiger Tau, weil draußen sind die ganzen Würmer, die wir brauchen, die sind auch da. Ich will fliegen können. Hallo. Boah, Alter. Ja, ihr könnt mich ja so viel angreifen, wie ihr wollt. Ich bin sowieso im Game-Mode. Lass mich doch einfach fliegen jetzt. Alter. So, jetzt aber. Oh Gott. Mein Inventar ist so voll, ne? Ich kann gar nichts mehr aufheben. Hör, liegt mein Schwerte einfach so rum? Einfach mal noch reinmachen. Wo ist denn mein Grabstein? Da. Ich hab ja gelernt, wenn man den... Wenn man den, ähm, den, 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 den Block unterm Grabstein baut, dann müssen wir eigentlich den Grabstein kriegen. Das ist möglich, ja. Oh, Stammbild. Ah ja, es geht. So, jetzt hab ich das Ganze im Winter aufgehoben, hoffe ich. Geh hier wieder raus durch die Wand. Einfach durch die Wand raus. Tschüss. Weil es gut noch mein Zeug wieder anziehen kann. So, dann haben wir das, was hier Zeug rumliegt. Ach, komm, wir doch auf T muss ich drücken. So. Game Mode 0. Oh, diese, diese, diese Käfer hier, ne? Die machen schon wieder den komischen Sound. Okay. Ja, meine Rüstung ist nicht dabei. Super. Die liegen wahrscheinlich noch da unten rum. Ich hab's gleich, Ruther. Ich glaub ein, zwei Ebenen noch. Draußen meinst du? Ja. Ja. Ja, ich geb mal meine Rüstung, dass ich links eine habe. Ich krieg's hier weg. So. Nächste Ebene. Boah, mir fehlen schon dreieinhalb Herzen, ne? Weil ich hier verhungere. Da fangen wir was anderes. So, dann schmeißen wir das weg. Das brauchen wir so nicht, das auch nicht. Ja, letzte Ebene. Die ganze untere brauchen wir nicht machen. Okay. Jetzt hab ich in der Hose zu viel. Da, tschüss. Und was machen wir mit dieser Wurme eben jetzt da? Ja, ne? Die müssen wir irgendwie machen. Ich brauch jetzt, wie gesagt, erstmal was zu essen, dass ich mich vollrecken kann. Das Essen hab ich jetzt auch nicht mehr. Das hab ich grad verloren alles. Doch, ich hab noch 64 Steaks. Oder ne, sogar noch mehr. Oh mein Gott. No, don't do it. Hab ich auch immer noch. Ja. So. Wo bist du denn? Äh, ich war jetzt vorletzte Ebene. Hab jetzt hier alles gekillt. Und es sieht relativ sauber aus. Rundum. Oh, ich hab einen Spawner vergessen. Puh. Ein Motten Spawner auch noch. Oh nein. Und keine gespawnt. Sauber. So. So. Also ich bin jetzt oben. Okay. Ich brauch mal von dir dann was zu essen. Ja komm her. Was soll ich sonst machen. Was soll ich sonst machen? Aus der G-Mode anmachen. Aus der Seite wieder raus. Da bin ich wieder. Ich sollte meine G-Mode auf Schnelltaste legen. Ich bin schon wieder so voll, ne? Ja auch. So. Ich glaub ich kann nochmal runter gehen. Wo ist meine Freaking Ray gegangen jetzt? Weg. Weg. Ich hoffe ich sterbe jetzt nicht. Wo kommst du an dieses Spawner eh nicht ran? Brauchst du jetzt alle mit deinem Schwert um? Ich hab mir meine Spitzhacki geklaut. Schon wieder? Die Spawner sind weg. Du kommst nicht um die Viecher. Sind keine mehr da? Achso. Da haben wir es ja schon. Hast du eine Schippe dabei? Müsste ich im Rucksack haben. Mal gucken ob ich eine habe. Glaub nicht. Ich muss mir gleich erstmal bevor wir in die nächste Ebene gehen ein bisschen Zeug loswerden. Ich hab alles dabei. Nur keine Schippe. So. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Dreck auch nicht im Moment. Ultimate Chessblade habe ich hier gerade gekriegt. Und ich hab... Warte mal. Ach das ist meine Royal Guardian Chessblade. Die haben sie mir wieder ausgezogen die Scheißwürmer. Das sind so alte Fummler ne? Gold Nuggets brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. A freaking Ray Gun habe ich. Ja. Schön. Du kannst die Erde hier weg springen wenn du willst. Rotten Flash brauche ich auch nicht. Das Schwert brauche ich nicht. Halt. Die Uranium Nuggets sollte ich schon mitnehmen. Item Frame brauche ich auch nicht. So. Dann nochmal kurz in den Rucksack. Robi Boots. Das ganze Robi Zeug braucht doch kein Mensch. Aber mir ist ja schon wieder zu dunkel. Ich mache wieder Tag ne? Jep. Wird auch nicht wirklich viel heller hier drin? Ach ja. Super. Jetzt habe ich die Kiste schon so zugemüllt, dass sie voll ist. Ein anderes. So ein paar da. Naja gerade dabei. So. Robi Helmet. Pickaxe. Dreck. Aber kein Schub. Ich kann nichts machen hier. Könnte sein dass ich hier oben gleich gerade eine reingelegt habe oder so. So. Dann packen wir den Rest hier noch rein. Diamond Sword. Braucht ein Diamantschwert. Naja das ist gut. Echt? Nein. So. Gucken wir mal. Ich habe hier irgendwo eine Schippe reingeschmissen. Unbreaking 3. Ich hatte mal eine bessere. Die habe ich aber nicht mehr glaube ich. Ich glaube die habe ich bei irgendeinem Tod oder so verloren. Na ich würde sagen wir buddeln mal die Ecken auf und gucken wir mal. Der Dragon muss weg. Wer zuerst das Loch findet. Ich hab's. Mist wo war's. Ich mache mal auf wo es ist. In der Ecke. Okay. Okay. Ach da. Ah fuck. Ich bin runtergefallen. Und direkt tot gleich. Raza was machst du? Ich bin da runtergefallen. Und danach kann ich nichts mehr machen. Ah. Ah. Das ist. Warum wenn alle die hier tot sind. Alles tot. Alles klar. Ich bin schon wieder da wie du siehst. Wo ist mein Grabstein? In der Ecke. Welcher? Ja. Hier. Wo wir runter sind. Ah ja. Jetzt aus dem Game-Mode rausgehen. Zum abbauen. Ja ja. Das ist schon klar. Ja ne. Du weißt. Ich habe es auch schon vergessen. Ich habe es auch schon einmal vergessen. Das passiert schneller als man gucken kann. Warum habe ich alles wieder? Ich hoffe es doch. Ah mir fehlen schon wieder zwei Sachen von meiner Ultimator Rüstung. Das gibt es doch wohl nicht. Äh. Ich hätte noch was über. Ich habe auch Helm und Brust. Dann hast du ein Glück. Du hast genau Helm und Brust gefunden ne? Komisch. Ne. Die waren oben bei den Würmern. Sag mal. Ich habe die mir das ausgezogen vorhin. Das erklärt auch warum ich gerade so schnell gestorben bin oder? Rasse im Erfahrungsrausch. Crazy. Da fand ich gerade auch ganz viele Flaschen. Na ja. Hast du alle Kisten durchgeguckt? Ne. Ich bin gerade noch dabei. Da sind hier noch Bottle of Enchanting oder so drin. Ich habe übrigens 102 Level ne? Ja du schiebst ja auch nicht so wie ich. Ähm. Soll ich vielleicht mal vorgehen? Ja mach mal. Hier kommen nämlich deine Freunde. Die Basilisken. Oh ja. Die liebe ich. Ich liebe dieses Schwert. Ja das ist dem Schwert besterbt. Und dann bin ich zur Tode wegge. Das Problem ist nur ich kann gerade wieder nicht fliegen. Das ist mir normal bei den Viechern. Das heißt es wäre geil wenn du vielleicht den Spawner irgendwie klein kriegst. Das ist ein Schwein. Ja. Okay Spawner sind weg. Kann nicht fliegen. Ich auch nicht. Aber ist alle tot ne? Ja. Das macht Spaß. Da ist auch so ein Schwert. Und ich will das es nicht mehr leckt. Ach Amethyst brauchen wir nicht den ganzen Dreck. Inksack. Ein Redsword. Ein Rattenschwert. Ein Rattenschwert. Soll ich doch. Soll ich mal das ganze Emerald und Diamantzeug da reingeschmissen. Lassen nicht. Hey. Pack ich schon eins euch rein. So. Gehts weiter runter jetzt. Zummeln vom feinsten. Hier unten in der Ecke. Aber ist hier ein Loch drin? Das hat mich vorhin auch schon gefragt. Ich bin auch hier reingekonnt. Ja wo gehts weiter runter? Nicht unten würde ich höre. Ach hier stehen wir. Wir brauchen sogar zwei Hits ne? Respekt würde ich sagen. Oh der portet sich die Sau. Wo ist er jetzt hin? Der hat sich aus Angst weggeportet ne? Glaub auch. Was war denn das für ne schöne Diamantschaufel dabei? Unbreaking Effizienz 5. Oh die ist nid. Runden sind ja diese Käfer die wir so in Krach machen ne? Oh mein Gott. No. Don't do it. Hab ich schon wieder gefunden ne? Ich weiß noch nicht wofür es ist. Ich glaube ich werde mal lieber googlen bevor wir das ausprobieren ne? Soll ich mit runter kommen? Mach doch. Ob ich jetzt hundertmal drauf schieße oder du es nochmal zu schlägst ne? Ich habe ja noch viel gegründet. Kurne Fakt. Es gibt eine Angehörige Wunschung. Achso! Ich bin wahrscheinlich nicht gut. Nämlich los 3D vor kommen, aber einfach es hier schon. Vielen Dank.